fast ein jahr krebsfrei wie geht es katerina jakob heute katerina jakob 65 gibt ein gesundheitsupdate anfang 2022 machte die schauspielerin öffentlich dass bei ihr krebs diagnostiziert wurde sie hatte fünf knoten in der brust die im rahmen einer op entfernt wurden es folgten zwei chemotherapien die sie erfolgreich beendete denn seit fast genau einem jahr gilt die langjährige der bulle von tölz darstellerin als krebsfrei wie fühlt sich katerina heute ich bin völlig gesund ich bin wahnsinnig energetisch erzählt die 65 jährige bunte ihr immunsystem sei stark dennoch sei sie sehr vorsichtig die angst dass der krebs zurückkomme sei immer noch da zudem habe sie bereits bei ihrer zweiten chemo nicht alle sitzungen machen können da ihre schilddrüse nicht mitspielte man kann an einer chemo auch sterben weil sie alles zerstört jede zelle wird angegriffen ich hatte anfangs eine leichte überdosierung das wurde später eingestellt aber ich wusste dass ich eine weitere chemo nicht überleben würde nun möchte katerina anderen betroffenen helfen ich habe gelitten damit andere vielleicht etwas weniger leid erfahren müssen wenn nur ein zwei frauen durch meine geschichte zur vorsorge gegangen sind und dadurch gerettet wurden hat es sich gelohnt findet die gebürtige münchnerin bis zum nächsten mal